Mit unserem neuen Alpine 360 Grad Kamerasystem für Reisemobile behalten Sie immer den vollen Überblick. Das Navigieren, Rangieren und Parken in engen Situationen wird so zum Kinderspiel. Das neue System zum Nachrüsten besteht aus 4 HD-Weitwinkelkameras, welche rund um das Fahrzeug verbaut werden und sich bequem über den Touchscreen Ihrer zentralen Steuereinheit darstellen lassen. Das Highlight ist die Top View, welche Ihr Reisemobil samt Umgebung von oben darstellt. Sie können ganz einfach per Touch-Steuerung zwischen den einzelnen Kameraperspektiven umschalten. Beim Einlegen des Rückwärtsganges oder des Blinkers wird die entsprechende Perspektive automatisch angezeigt. So werden zum Beispiel Radfahrer im toten Winkel schneller gesehen. Das Bildsignal kann dabei wahlweise voll digital für Alpine Display Systeme oder analog für Bildschirme anderer Hersteller ausgegeben werden. Das neue Alpine 360 Grad Kamerasystem kann für die meisten Reisemobile durch geschulte Fachhändler nachgerüstet werden und ist ab sofort erhältlich.